Ja, halli hallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft, Wrath of the Legion Classic, sind hier in Norden dem Schola Saarbecken, hier oben die verlorenen Lande und sind bei Avatar von Freya mit der Quest eine Vertragung. Vertrauensfrage, gewinnt Freya das Vertrauen in dem ihr, 6 verseuchte Leichname und 10 Knochen Sensenverheerer in den verlorenen Landen, fand ich, wir bekommen wieder ein paar Items, das hilft uns leider nicht, wir gucken was noch am meisten wert ist, hier die Füße sind am meisten wert, 29 Gold bekommen wir dann und ein Abenteurerbedarf, nehmen wir an, waffen wir uns noch MDW und dann ballern wir los. Und da hilft wirklich nur eins, wegballern, wegballern, wegballern. Wenn man hier aber ganz gut stehen bleiben, dann muss jetzt hier nicht unbedingt zwingend super viel agieren. So, 6 haben wir schon. Ist nur nicht aktualisiert, weil wir hier die ganze Zeit im Kampf sind. 8 9, der ist weg, dann nehmen wir den jetzt hier noch. So, damit haben wir schon mal die 10 Knochen Sensenverheerer, jetzt müssen wir hier noch kurz die verseuchten Leichname entsprechend wegballern. Geben wir uns mal kurz ein Anregen, also alles schön mit Untoten hier quasi voll. Ne, der nicht. Ne, der nicht. So, 2 von 6. 3 von 6. Wir können hier mal sehen, da irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Kamera wieder deaktiviert. Jetzt zeigst du wieder aktiviert. So. Da bin ich auch wieder dabei. Eventuell beim anderen Video ist jetzt auch nicht dabei, aber gut. So was passiert, wenn man einen neuen Rechner hat. Komische Dinge mit der Kamera. Sachen, die die Welt nicht braucht und versteht. Aber dafür sind wir schon bei 5 verseuchten Leichnamen. Und da ist noch eine, die nehmen wir auch. So, damit haben wir auch noch die sechste Bestie erledigt. Wir fliegen zurück. Und sind beim Avatar von Freya. Eine Vertrauensfrage. Nehmen die Füße, das Gold und den Abenteurerbedarf. Und ich sage damit vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.